Das hast du richtig gesehen, ja? Einfach, dieser Modus ist so OP, ne? Was, dieser Modus? Hex? Dieser Modi ist so OP, ne? Dieser Modi! Nee, warte, dieser Modi... Nein! Ja, hast du! Harte Modi! Hier kaputt! Da! Hm... So, Frage ist... Wie komm ich hier rauf? Wo? Du hast kein Jetpack, ne? Ja, ich hab schon Weg gefunden Okay, vielleicht, wir können unseren aufstellen Was können wir aufstellen? Ja? Ja? Stell ihn auch mal auf So... Wie hoch muss der jetzt sein? Ja, dann ja... Warte, Hanna, Hanna, Hanna! Muss er mindestens 2? Berechne mal 10 in alle Richtungen Von dem Kern aus Ja, mach mal Bei der höchsten Stufe? Hm... Ja... Wie hoch sollen wir die denn in die Luft machen? Keine Ahnung, warte mal! Wo bist du... Wo bist du denn ganz oben? Ja, dann ja... Was? Fucken Ich würde den ja hier mit dich irgendwo hinsetzen Bitte? 60 Warte mal Was? Ich würde den hier hinsetzen Hier ist Mitte Weil die unterhalten sich nun hier Da Soll ich mal Fackel machen? Da muss es aber nicht lange Fackel um Guck mal da, wo... Wo der Fackelkreis ist Da ist die Mitte Ah, mein... Waren das 10? Du musst doch... Das Ding muss doch 7x7 Und dann wird das einmal kleiner, oder nicht? Ja, dann muss... Oh... Jaja, und dann kommen 7x7 drumherum Oh, haben sie gehört Und da drumherum muss man nochmal die ganzen Brücke und den Brücke machen Ich weiß Also musst du hier von hier aus... 10 hier hochgehen Beziehungsweise Und am 11. setzt du dann den Block hin Schmeckt's Flasch? Oder mach doch... Ja klar, schmeckt das Alles Oder es ist okay, dass du einen frei hast Dann mach einen frei hier Und dann musst du das grad... Tomio musst doch immer drumherum ins Mantel machen Da ist ja die Fläche schon okay 3x3 Dann kommt doch 3x3 Äh... Wetzt doch, und das kannst doch schon mal alles hochziehen Dann kriegst du irgendwann die Mitte raus So... So... Sack... Weißt du den inneren Kern vom Wettstown, oder nicht? Warum hast du Förderbänder? Ja Weil ich grad in einem Förderbänder-System gefangen bin Haha... Idiot Wieviel Enderaugen brauchte man? 12 Ähm... Ja, 12 maximal Aber es ist immer ne Wahrscheinlichkeit von 1-4 irgendwie, dass da welche drin sind Oh Gott Eins war da drin Soweit ich weiß Soweit ich gesehen hatte Ja? Mhm Braust du noch elf weitere Ja So... Okay... Was hab ich das? Hab ich... Wollt ihr denn jetzt eigentlich mitkommen? Ich? Ich? Die Leute die töten Ja genau die Tät'n Ja Ich geh zugucken So... So... Was ist das... Du weißt wie du hier hinkommst, ne Lenny? Ja... Wo ist das Portal? Das Buch... Das steht ganz hinten an der Wand So... Das ist gelinkt Die Void-Welt, ne? Jupp Ähm... Ähm... Wow End... Haupt-Haus... End-Portal Ja... Dass es erstmal nur zum Portal geht Portal-Welt Und das andere mach ich dann gleich, wenn wir... Wo ist denn das Portal? Moment... Warte 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 Da ist das Ding, das ich gesucht hab Na ein Rucksack bei mir Center ist das Ding ist dabei Was? Diese ganzen äh... Blaschnieder da waren Sollen Ja, ich hab normale Glastil dabei, die ich dafür brauch Warte, der Ender Drache irgendwas besonderes Ender... Ja, das Ender Herz Ah, das Herz, ne? Lass uns erstmal auf Würde ich gern haben Sollen wir... Vorsicht, Vorsicht hinter dir So ein kleiner Fisch-Fatzen-Kapp Oh... Den kannst du nicht im äh... Safari-Netz fangen Ja Das geht nicht Warte... Warte... Lass uns zusammen rein, Schralle Okay Ich hab glaub ich eins dabei Kommst du Lenny? Bin da Dann lass uns rein Alles... Tschüss... Wuhu... Mann ist das am... Ja... Lenni... Lenni ist schon reingesprungen, ne? Ja... Ich hab gesagt, lass uns alle zusammen reinspringen Nein, Lenni springt schon rein Nein, ich wurde reingesogen Ja, ja... Ja, genau... Nicht nach oben, nicht nach... Oben, bitte Wir brauchen hier noch einen Platz, um... Das Portal sicher aufzustellen Ob soll ich noch so 10 Stacks aufstellen? Ja, Lenni, du bist so ein Vollidiot, ne? Mach das mal wieder dichter Oh, lass mich da doch raus Äh, da lang, wo... wo Black lang ist Wo ist der Bastard? Cool Ja... Er ist einfach im Boden Hey, Ende Opfer, komm her Ja, wie immer, ne? Wo ist er denn? Wo ist denn, ne? Ich stell mich auf ne Wolken und guck zu Da ist er Black, warte, lass den mal zu mir kommen Ich will den mal mit meinem Ding treffen Hab ich Böden? Ich will erstmal die ganzen Leger kaputt machen Komm her Opfer Jetzt haben wir noch an dem Baustand So... Ey, der hat mal, lass mir die ganzen Linger kaputt, ne? Ja, ich bin schon dabei, ich flieg grad rum Durch das Buch kommen wir in die Portalbrücke zurück Ich kau dir einfach an und dann lass ich mich hier Ja Und das ist im End Okay Ey, ich krieg das Dragonheart, okay? Schlagt euch drum, oder so? Ja Ja, dann töd ich aber alle Ja, dann töd ich aber alle Ich brauch das Drachen-Ei Du, du willst mich also töten, Black Ja, glaub nicht, töd ich noch irgendwann Hat jemand Dispenser und so mitgenommen? Wofür? Das Drachen-Ei Hm, nicht so fuck'l Kommen wir alle her Soll ich dir was in den Rucksack ein tun, oder? Ja, Dispenser halt, ne? Da ist... Oder muss das ein Dispenser sein? Hopfer Hä, Dispenser? Muss da nicht ein Pisten? Ja, oder Pisten wäre gesagt Ja, oder Pisten wäre gesagt Dispenser Ich will auch machen, dass er auf dem Zug fliegt Wo ist der? Da Der hat noch einen Heilungsplatz, ne? Und da ist noch eins, da ist noch eins so ein Ding am Legen Ah ne, ist so zentlos Komm her Pisten Du musst mal ein bisschen sortieren, dann siehst du es sofort Ah, Black, das ist aber schlechter geworden, auf jeden Fall Ja, ich hab dieses Ding ins, ähm Baubelstab, ähm Wie heißt's? Das ist so ein Modus Ähm, der zoomt richtig lange Und das ist halt dann so ein, ähm Ähm Schuss, der ist richtig schnell und halt so und so, weißt du? So weißt du Oh das Kackviecher Da Da kommt's halt Oh Das war so klar Ja, wenn du in Wilk stehst, ist das auch kein Wunder, oder? Ich stand nicht im Weg Doch Du stehst immer im Wilk Die Explosion war so fünf Wöcke ewe ewe Mal weg hier im Opfer Ich hab meine Safari Ja, Bloodmagic ist einfach viel zu OP Warte, ich versuch den jetzt mit dem Ding ins Einzufangen Safari Netz Warte, lass ihn, lass ihn bitte am Leben Bitte lass ihn am Leben Hebt nicht Warte, ich werde, ich werde Oh, er ist überm Abgrund Nicht schießen Ne, ne Ich warte, bis er hier ist Und das hast du eigentlich Portal nach zurück gemacht? Ne, warum, wenn du durchsprüngst, ist Kommst du doch an Mach eh Ich hab'n Ich hab'n Buch da in die Portalwelt zurück gemacht, ja Fixa Ey Oh, der ist so extrem laut wieder, ne? Na Ich hab'n hier Boah, ist das laut Boah Wo ist das Buch zurück? Hey, ich sterbe doch Wenn ich sterbe, behalte ich das Jackpit nicht Ja, aber du kannst doch irgendwo eins sicher hin tun Wie gesagt, ich war eben erstmal Erstmal schön ins Portal gelandet, ja, ist klar Wobei das noch nicht mal stand Ja, das wird schon vorgerendert Ja Gemerkt Das ist jetzt einfach da drin liegen Ich hab'n Oh, ich hab'n Hallo 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 So Komm mal hier rein Da das Buch rein Wo köftest du dir nicht einfach ein verkacktes ME-System? Ach, am ME-System ein Jetpack Bordere mein eigenes ME-System Bordere mein eigenes ME-System Ihr müsst am Spawn mal ein bisschen rumgucken Nein Oder in euer Inventar irgendwo muss dieses Dragonheart rumliegen Oh, hab'n ich nicht Ja, ey, da hat der hässlige Drache Ey, das ein Portal kaputt gemacht hier Nice Auf der Seite Hat jemand zufällig